Hallo, mein Name ist Carlos und ich komme aus Kolumbien. Ich mache einen Deutschkurs hier bei dem Carl Whitmer Center in Kulm. Meine Fassions sind Business, Real Estate und Travelling. Die Qualitäten, die ich in der Person most liebe, sind Respekt und Trust. Red Hot Chili Peppers ist auf der Top von meiner Playlist. Was ich in Deutschland liebe, ist die Food und die Kind People. Mein Lieblingsplatz ist auf der Beach. Meine Leistung ist zu haben meine eigene Firma. No hay límites.